Eine Frau ruft an, um Tickets für ein Theaterstück zu reservieren. Welche zwei Sitzplätze hat sie bekommen? Hallo, Sie sprechen mit dem Blackfriar Playhouse. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne zwei Tickets für King Lear um 17.30 Uhr für heute Abend reservieren. Haben Sie noch Sitzplätze frei? Wir haben noch wenige Sitzplätze frei, aber leider nur noch Einzelplätze. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann könnten wir Ihnen zwei getrennte Sitzplätze anbieten. Okay, das macht uns nichts aus. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Nun ja. Haben Sie noch Plätze am Gang übrig? Ja, wir haben einen Gangplatz am linken Rand der Mitteltribüne. Und drei Sitze weiter rechts haben wir einen weiteren freien Platz. An der Seite? Okay, dann reservieren Sie bitte diesen Gangplatz. Gerne. Was ist mit dem anderen? Sind in der Nähe der Mitte noch Plätze frei? Die einzigen Sitzplätze in der Mitte, die wir übrig haben, sind in der ersten bis dritten Reihe. Ich bin nicht allzu verrückt danach, mich von Schauspielern bespucken zu lassen. Daher? Dieser Raum ist relativ klein. Ich denke, Sie könnten das Stück auch von einem Sitzplatz am Rand aus genießen. Meinen Sie? Dann nehme ich den Platz an der linken Seite, den Sie vorhin erwähnt haben. Welche zwei Sitzplätze hat sie bekommen? Eine Frau ruft an, um Tickets für ein Theaterstück zu reservieren. Welche zwei Sitzplätze hat sie bekommen? Hallo, Sie sprechen mit dem Blackfriar Playhouse. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne zwei Tickets für King Lear um 17.30 Uhr für heute Abend reservieren. Haben Sie noch Sitzplätze frei? Wir haben noch wenige Sitzplätze frei, aber leider nur noch Einzelplätze. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann könnten wir Ihnen zwei getrennte Sitzplätze anbieten. Okay, das macht uns nichts aus. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Nun ja, haben Sie noch Plätze am Gang übrig? Ja, wir haben einen Gangplatz am linken Rand der Mitteltribüne. Und drei Sitze weiter rechts haben wir einen weiteren freien Platz. An der Seite? Okay, dann reservieren Sie bitte diesen Gangplatz. Gerne. Was ist mit dem anderen? Sind in der Nähe der Mitte noch Plätze frei? Die einzigen Sitzplätze in der Mitte, die wir übrig haben, sind in der ersten bis dritten Reihe. Ich bin nicht allzu verrückt danach, mich von Schauspielern bespucken zu lassen. Daher? Dieser Raum ist relativ klein. Ich denke, Sie könnten das Stück auch von einem Sitzplatz am Rand aus genießen. Meinen Sie? Dann nehme ich den Platz an der linken Seite, den Sie vorhin erwähnt haben. Ich hoffe, Sie haben etwas von diesem Quiz gelernt. Wir wissen, ob Sie Fragen haben. Bis zum nächsten Mal.